Willkommen bei den Highlights von Minecraft Boom, also Banjo Ultra Hardcore Minecraft. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, denn da ist die Ankündigung für den neuen Minecraft Server. Viel Spaß! Und damit Willkommen bei unserem super tollen Minecraft Projekt oder Hardcore Projekt mit der Community. Ich wette, ich sterbe so einen richtig dummen Tod irgendwann, weil ich ein Water-Image machen will und dann verkacke. Also das werde ich mich nicht trauen. Auch wenn ich weiß, dass ich es vielleicht schaffe, Digga. Nee. Das ist glätt. Echt jetzt? Ja. Irgendwie will ich das wegmachen. Auch. Dasselbe. Warte, ich kann da eigentlich draufgehen in der Zeit, wo du... Ja, okay. Oh mein Gott. Ist es nicht passiert, oder? Ist es nicht passiert? Es ist doch so lächerlich. Oh mein fucking Gott. Mein Baumhaus. Boah, nein, das ist voll dumm eigentlich an der Decke abzubauen, weil da gehe ich Gefahr, dass ich runterfalle. Wenn ich mich zwei Blöcke hochbaue, sollte das fit gehen. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Du hast Schaden bekommen. Es fällt Kies auf meinen Kopf! Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich sag dazu legit gar nichts mehr. Ich sage, das geht bestimmt fein. Was passiert? Ich kriege mies Kies auf meinen... Oh, der Baum! Der Bomber! Haha! Der Bomber wird vom Baum begraben. Haha! What the fuck? Nee, ich dachte, der stirbt doch drin. Nein, der... Der dived... Haha! Wie geil! Ey, es funktioniert also! Das ist doch geil! Wo ist ein Creeper? Ja, der chillt auf... Ja, jetzt chillt er bei mir. Ich will den eigentlich nicht explodieren lassen. Skelett! Oh mein Gott! Zombie! Hilfe! Wenn es... Ich weiß nicht, wo ich dir helfen will. Alter! Alter! Ich habe Matrix-Shit gemacht! Ich habe den Pfeil gedodged, wie sonst wer! Aber ich habe nur ein Boot. Ich könnte zwar... Oh mein Gott! Sind hier viele Schafe! What? Digga, es nennt's. Was? Senz ist der erste für unseren Friedhof! Einer, da ist... Senz ist der erste, der stirbt. Gross! Oh, wenn ich stirb! No! 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 Du trinkst! Doch! Was? Ausloggen! No! Nee! No, wo, wo, wo! Foul! Nein! Ich dachte, ich war eine Wasserhöhle, aber ich kam nicht mehr raus! No! Oh mein Gott! Nein! Paul! So traurig bin ich! Ich habe noch ein gutes Bett zum Hinplacen. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Ey! Dieser scheiß Fallschart vor diesem Haus, ne? Holy shit! Also, ich habe, ich habe das so ein bisschen auf den Ticker verfolgt. Hä? Hä? What the fuck? Das war das denn grad? Was? War das denn? Für ein Damage, den ich grad bekommen hab? What the fuck? Ja, was ist denn das? Hä? Wie dumm? Nö, ich gehe jetzt hier. Ich gehe hier nicht mehr rein. So, die Playlist wird jetzt erstmal abgespeichert. Habe ich nicht irgendwie hier eine Playlist, die... Ich sollte mich vielleicht nicht so... Hör, was passiert? Warum ist der Schneemann tot? No! Was passiert? Oh mein Gott! Weil Toilettencleaner ist... Oh mein Gott! What? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht mitbekommen! Aber im Chat müsste gestanden sein. Oh mein Gott! Ja, der verpackt will. Oh mein Gott! Was? Jungs! What? Das ist... Das ist mal ne Highlight! Das ist ne Highlight! What? Also, ihr seid auf jeden Fall... Chris, du bist der, der am schnellsten neuneinhalb Herzen verloren hat. Hast du dich auswärts schon? Actually, Digga, Creeper... Vince sagt's gerade, Creeper haben die meisten Kills jetzt. Der Creeper hat einfach die meisten Kills. Wasser... Wasser und Creeper ist jetzt auf dem gleichen... Äh... Gleichstand, Digga. Zwei Wasser, zwei Creeper. Oh man! Ha, der Raidfall ist schon am Dias farmen. Am Ende X-Rater einfach. Oh mein Gott! 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 Panik-Reaktion! Hast du einen Wassereimer? Nein, nein, nein! Ich hab auch kein Cauldron. Schliffst du? Jetzt schliffst du nur noch da dran. Oh mein Gott! Das kann gut sein, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie lange ich mich hier einloggen und ausloggen könnte, um das Feuer zu löschen. Achso, das kann man. Ich weiß nicht, ob das geht. Also ich hoff's einfach. Oh Gott, hier wieder Damage bekommen. Oh no! Oh no, 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 no. Okay. Rightfall, left and joint. Wait, was ist bei Pommes passiert? Oh, Rightfall stirbt, glaube ich, gerade. Andert etwas. Rightfall ist gedrowned. Der nächste, der gedrowned ist. Also Rightfall, sagst du, hat GX-Rate? Wir haben hier diesen Rightfall, der hier gerade drin war. Der, ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Aber er hat schon direkt sich sehr schnuschtrakst zu der Kohle runtergebaut hier bei, äh. Ja, Ben, hast du das Bild gesehen? Achso, das ist von mir. Hat dem Bild geschickt. Ja, das ist ein bisschen weird. Und hier ist dein Kopf. Ist auch ein Steve, ne? Wenn ich ein MLG mache von einem Berg, was gibst du mir dann? Ähm, nennt ihr. Aber der Berg muss, also ich, ich habe da den ganz gut, einen ganz guten Berg gesehen, tatsächlich. Okay, zeig. Ja, okay, warte. Wenn du mir mein Boot gibst, das du mir geklaut hast, dann zeige ich es dir tatsächlich. Ich werde es verkacken. Achso, ich soll es runterzählen. Okay, warte. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Go! Oh, no! Hm. Das ist natürlich ungünstig. Wir sind chill da. Banjo ist voll voll. Jornosch ist geil. Wer ist der Heiser von den beiden? Was zur Hölle? Ich will jetzt eine MLG machen. Dann macht es. Wo ist der Spot von Pommes? Ich muss mit dem Boot dahin fahren, wo ich mit dem Rücken hinschaue. Ich sterbe jetzt. Oh, nein. Creeper. Und Milky Way ist tot. Wieso stirbt jeder in diesem MLG? Okay. Downfall? Warum schwebst du? Okay. Downfall. Okay. Also. Also. Ja, okay. Hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Mhm. Ich habe nicht gehackt. Es war ein Bug. Ich schwöre bitte. Es war ein Bug. Habe ich gesehen, ja. Das war ein schöner Bug, wie du da geflogen bist. Da ist jemand ein bisschen toxisch im Twitch-Chat. Deswegen gibt es da auch einen entspannten Bun. Oh, hier ist sogar Eisen. Lul. Letzte Loche. Oh mein Gott. Ah. No, 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 no. Oh. Oh mein Gott. Okay. Wir sind hier raus. Wir sind hier direkt raus. What the fuck? Ah. Das ist jetzt. Das ist echt schmerzhaft. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Als ob die echt hier drin sind. Ah. Da. Silberfisch. Direkt. Da ist schon Silberfisch. Das Wasser. Das ist gar nicht gut. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay Jungs. Ehm. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ach. Ist das painful. Oh mein Gott. Ich habe es weggeschafft auch. Abgesehen davon. Okay. So, damit sind wir voll. Yeah. Das kommt dann erstmal auch hier unten rein für die nächste verlorene Seele, die hier auf den Server kommt. So, mit so einem Baum kann man tatsächlich einen schönen Weihnachtsbaum machen. Und Geschenke. Muss halt nur noch jetzt irgendwie den Baum schmücken, ohne zu verrecken beim runterfallen. Ja, komm. Ganz ehrlich, lassen wir es. Nee, und ich habe nur noch ein Herz. Warum? Weil ich ein bisschen losgehalt vom Weihnachtsbaum gehüpft bin. Scheiße. Berlin GHG. Hi, was geht? Oh Gott, danke für den Follow. Wir beide angefangen. Komm mit ihrem Boot. Hallo. Was geht? Sieht so aus, als hätten wir das Schachbrett fertig. Zack, zack, zack. Und boom. Das reicht. Tatsächlich. Also, entweder pennt noch einer, oder müsste noch... Oh, what? Was ist bei Mini Duckling passiert? Skelett. Mit Power 3? What? Holy shit. Aua. Fünf Herzen Damage, holy shit. Creepy, du... Äh... Oh Gott! Oh mein Gott. Ich habe fast die Treppe runtergesprungen. Äh... Hallo, Paul. Was geht? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss aufpassen. Ähm... Achso, er hat ja dein Haus ein bisschen besser eingerichtet. Das hast du sogar ein Klo. Geh. Spaß, wir wollen dich ja nicht umbringen. Ähm... Wir wollen heute den Weihnachtsbaum abbrennen. Und ich will unbedingt eine Runde Schach spielen. Scheiß drauf, ob der Stingens schon fertig ist. Äh... Scheiß drauf, ob die Türme hier stehen oder nicht. Ja, das wollte ich sagen. Let's go, wir haben das Schachbrett komplett. Ich traue mich gar nicht, die Türme zu bauen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die bauen will. Ich werde mich halt so mies verletzen. Auch wenn ich Federfall habe. Bau dich mal noch maximale Bauhöhe und mach ein Gott-MLG. Ja, witzig, Digga. Das mache ich am Ende. Also es gab schon zwei, die in den MLG gemacht haben, am selben Berg und beide verloren haben. Ja, okay, Yala, ich mache jetzt einen. Digga, Artwatch, wieder in den Hals kassiert, was passiert. Hä, bin ich gerade einfach casually vier Blöcke weit gehüftet oder bin ich verwirrt? Hä, Artwatch ist tot. Nein! Aron! Kurz einen echten Chat. Wir machen es so, wenn du... Wenn, wenn, wenn es den MLG nicht schafft und die, äh, den Dings verliert, dann kann ich dir gerne den Eimer sponsoren. Alter, ich glaube eh nicht, dass er den verkackt. Haha. Neiße. Dreimal falls geklopft. Eigentlich kann der Mann sowas. Guck mal, der Mann, der macht sogar... Oha! Er legt noch einen drauf. Er baut sich ganz schön hoch. Irgendwann sehe ich ihn nicht mehr, weil er nicht mehr lädt. Junge, du stirbst so oder so, wenn du es nicht schaffst. Also so muss man es jetzt nicht machen. Wie er stirbt, so oder so, achso, ja. Wenn er es nicht schafft. Achso, er will ja God-MLG machen, stimmt. Will er los? Soll ich runterzählen? Äh, ja. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Er sieht es im Chat. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Go! Wusste ich es doch. Wusste ich es doch, Digga. Wusste ich es doch. Ich habe nie an ihm gezweifelt. Er hat einfach seinen fucking... Er hat seinen Kürbiskuchen hinterher geworfen. Guck mal, ich habe nie dran, äh... So. Hier haben wir das künstliche Meer. Oder wie ich es nenne? Klimawandel. Weißt du, wie scharf funktioniert? Also, ich sage mal so, ich weiß, was das Ziel ist. Mehr weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass man mit mir Schach spielen sollte. Sagen wir es mal so, wie es ist. Weiß ich nicht. Vor allem, wie wollt ihr das machen, gerade mit dem Abbauen, ne? Wollt das doch nicht... Abbauen wieder hinplayen, natürlich. Nee. Natürlich, wie du sonst? Was ist das? Hä, man hat doch genug Zeit zum Überlegen, während der andere seine Pieces placed. Aber ich habe nicht meine Eisenspitzhacke. Ich würde dafür auch keine... Hä, wozu brauchst du denn? Achso, scheiße. Vielleicht sollten wir das mal anders machen, Banyo. Vielleicht, ja. Rosen sind rot, Scharfe sind bunt. Banyo ist der Chef im Bund. Pogterion. Scharfe. Pogterion. Ich schreibe dem jetzt kurz persönlich eine Nachricht. Warte kurz. Hier ist auch, guck mal, hier und drüber. Banyo ist Kohl. Yonos ist geil. Wer ist der Heisere von den beiden? Ich halte noch eine kurze Rede, warte. So. Wir haben uns hier heute versammelt, um unseren tollen Weihnachtsbaum zu gedenken an letztes Weihnachten. So schön die Hose anlassen. Ah, ne, ich habe eh einen Schneeanzug an. Zu verbrennen, um dem heiligen Minecraft Baumgott zu huldigen. Hallo, Bomberman. Genau, das war mein erstes Blatt. Auf dem zweiten stehen die ganzen Danksagungen. Ich danke vielmals meinem Setzling. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Meim Knochenmehl und ihn auch nicht. Und den Weihnachtskugeln danke ich auch. Hier steht improvisieren. Genau. Starten wir das flammende Inferno. Oh, er brennt. Nieder mit dem Baum. Der geht voll die epische Musik gerade. Ich habe leichte Lags, aber sie ist hier. Hey, zerstören Sie mir nicht den Moment. Was macht ihr? Ey, nicht das Boot schwemmen. Ja, es brennt nach oben. Oh mein Gott, brennt das gerade gut. Geil. Oh. Das war sehr schön niedergedrängt. Nice. Eine cleanere... Nice, oh, ist schon ganz oben angekommen. Perfekt. Ich finde es witzig, dass der... Ja, aber echt engle. Roleplay 15 Punkte. Ja. Ich finde es geil, der Stamm ist doch noch komplett... Ja, das Holz bringt ja auch noch. Ja, noch ein bisschen hartnäckig habe ich das Gefühl. Hier, die beiden... Sehr starkes Hartholz, ja. Ja. Gut. So, jetzt habe ich hier noch das Bruce-Sign. Digger, jetzt brennt das... Wieso brennt das jetzt? So, ja, das lassen wir da jetzt einfach so hängen. Alles drauf, ich geht's. Ich geht's erst mal mit der Fischerhütte pennen und dann baue ich das Boot fertig. Naja, gut. Das war doch durchaus sehr emotional. Phantome! Nee, nee. Wieso? Wieso, wir haben doch geschlafen. Oh mein Gott! Irgendwer hat dich gepennt. Wer von euch hat dich gepennt? Also, ich habe die letzten 20 Nächte nicht geschlafen. Ich dachte... Warum? Vor allem es waren irgendwie 6 Phantoms. Ja, und wieso schläfst du nicht? Ja, weil es immer, bis ich im Bett war, wart ihr schon einfach 20 Mal durch die Nacht durch. Ich will es kurz anmerken. Ich bin gerade ins künstliche Meer gehüpft, weil ich dachte, die können nicht unter Wasser. Ich gucke hinter mich, da ist ein Phantom. Es ist keiner drauf, ne? Ich gehe da nicht drauf. Warte, du darfst als erstes wieder drauf. Na, ich gehe da nicht drauf. Ich habe ein Herz hinter mir. Ist ein Phantom, was das? Ich gehe da ganz bestimmt nicht als erstes drauf. Ich schenke die Lage, Jungs. Ja, die aktivieren sich einfach. Also, Leute, ich glocke mich wirklich aus. Ich muss wirklich die Wäsche machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und, äh... Oh mein fucking Gott! Ciao! Oh, ein halbes Herz! Es war's für mich. Das war's für mich, Digger. Das war's für mich. Vince hat gesagt, er rettet uns. Ich bin froh, dass ich Full-Prot-Diabrüstung habe. Sonst wäre ich jetzt tot. Ich gebe mich... Wenn ich hier in Phantom sehe, ich gebe mich instant ausloggen. Es ist alles weg. Es ist alles weg. Oh, ich erzwingt fast! Oho! Oho! Genau deshalb! Alter! Ich habe gerade übrigens nur P-Bogen gedroppt bekommen. Kugelfisch! Schafe! Okay, willst du wissen, was er hat? Unbreaking 3, Punch 2 und Power 4. Damit kann ich alles von mir weghalten, was ich will. Auch vielleicht Phantom. Soll ich mal einen Kugelfisch essen? Ah, ich sterbe eh nicht. Ja, geil, Digger. Ja, aber... Hä, Gift mit sich doch trotzdem... Nö. Und damit... ist die Schachburg fertig. Krass, oder? Dachte nicht, dass ich das so gut fertig kriege. Majestätisch. Und einfach wunderbar. Gefällt mir. Wusste ich mal sagen, habe ich mich mal wieder selbst einfach übertroffen. Oh, Mann. Schaut es euch an. Bin gefühlt der König mit dem Gebilde hier. King Banyo. Soll ich jetzt endlich meinen Königsgenau auswählen? So. Rein, Jölge. Mit Cape sogar, King Banyo. Hoffen wir mal, das brennt jetzt nicht. Wenn hier so Lava ist. Wenn hier irgendwas brennt und ich anbrenne, Digger, dann war es das so komplett, ne? Dann war es das so komplett. Ich werde so weinen und mich vergraben gehen. Alter. Habe ich auch noch nicht erlebt. Direkt der zweite Stream des Jahres und dann sowas. Lol. Hier ist alles abgebrannt. Oh, mein Gott. Ich kann es nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert ist. Ich kann es nicht fassen, dass das wirklich alles gerade abgebrannt ist. Ey. Das war es auch mit Verzaubern auf Level 30. Lol. Das triggert mich ja jetzt. Oh, mein Gott. Ich sage es sogar noch. Wahrscheinlich brennt hier gleich alles und so. Nein. Nein. Ich bin gestorben. Nein. Nein. Oh, mein fucking Gott. Nein. 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 was Gutes. Wir werden am Montag wieder einen neuen Minecraft-Server starten. Es ist aber kein normaler Server, auch kein Hardcore-Server, sondern ein Server mit einer ganz neuen Generation. Schaut euch das mal an. Naja, mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Schaltet auf jeden Fall am Montag zum Streaming auf YouTube oder auf Twitch ein. Bis dahin, ciao. Kennst du Basti GRG? Ja, wer kennt ihn nicht? Bist genauso sympathisch wie er, das ist nett.